moin moin meine lieben leute und willkommen zurück zu beyond a steel sky für ios wir haben jetzt gerade meiners gehackt und haben so unseren ja unser id und sie unsere youtube so weit gehackt und gesäubert dass das wir hoffen keiner mehr auf die spur kommt dass wir geklaut haben so und jetzt müssen wir aber zurück in grahams wohnung denn jetzt können wir wahrscheinlich die nachrichten eben auf seine mailadresse lesen behauptet man müsste jetzt ab in grahams wohnung und mal schauen ich hoffe es klappt take me to my apartment denn da wussten wir ein paar mils konnten wir nicht machen wir konnten nicht lesen funktioniert ja nicht aber jetzt schauen wir mal dass es klappt das ist jetzt es müsste eigentlich jetzt klappen also ich bin ziemlich zuversichtlich so es war eine andere image of joey just as i remembered him clearly he made his mark schon cool das so wir müssen unsere wohnung auf geht er weg da joey was cool ist joey jetzt fliegen kann geht uns wahrscheinlich überhaupt nicht aber trotzdem ja so faul ist wenn ich einfach mal den fahrschub nutzen für eine etage so wasser roboter aber dann brauchen wir nicht wir gehen es hier vorne war ganz lässig hin zum computer können wir uns eigentlich mal einloggen zack verbindet mit minors willkommen bei minors so jetzt können wir die nachrichten auch angucken bestätigung und nachrichten von server sie haben 3224 nachrichten gelöscht ok mr grundy das schwarze kostüm aus gummi und elistan das sie letzte woche bestellt haben ist eingetroffen mrs blyce und ihr kaufhaus wünschen ihnen und ihre partner freudige abende ok ich weiß dass songbird heute abend bei einer dinner party ist können wir uns heute abend in der bar st mark treffen oh was ellis haben wir etwa ein verhältnis hey gramsi eine weile nicht gesehen hätte gern meine kamera wieder und etwas filmen wenn du welchen hast ok weiß nicht wann du zurückkommst mädels kommen um acht für filmclub vorbei also komm erst danach ok admin fehler lied du musst für mich das mädchen nehmen ok das geht ums kleine guten morgen master graham können wir sie bald zuhause erwarten jeder tag ohne sie ist für fahrer ein trostloser tag ich höre sie wieder graham meine kinder sind überall jedenfalls hier habe ich den kühlschrank geschlossen und das scheint alles besser gemacht zu haben psycho mr grundy sind heute nicht zur arbeit erschienen dafür gibt es sich einen guten grund würden sie uns bitte mitteilen wenn sie wieder zur arbeit kommen was ist da los g mir ist was über deinen kudos zu Hause gekommen und die leute fangen an zu reden bist du schon zurück graham das macht mich nervös guten morgen master graham können wir sie heute zuhause naja ok graham du warst dann einfach nicht zuhause dein kudos löffel ist so tief gefallen dass wohl selbst kanalratten besser dastehen das lässt nicht schlecht aussehen wir können bestätigen dass die ratwesenheit die operative produktivität nicht beeinträchtigt hat doch um ihres willen haben wir wohlergehen informiert sie werden also gegebenenfalls besucher halten hi graham sie nichts von dir gehört wollen wir uns treffen es ist die brause graham sie tun es in ihre brause trink die bloß nicht man die macht aus deinen herrn einen pilz ihr industrieller putzroboter benötigt ihre aufmerksamkeit letzte gesendheit meine batterie ist fast leer und es wird dunkel master graham wo sind sie nur ich musste schon über eine woche keine herunterwäsche mehr für sie waschen was mir sorgen bereitet ich frage mich wie ihre zwickel das durchhält heute filmen bei mir graham sie bringt ein eigenes bangles chips und dips mit graham ein wohlgehensmentor hat sich für heute für morgen angekündigt kommt ja bis dann zurück ich will nicht dass er meine kudos ansprüche hinterfragt wer unkommene author war hat graham ein enttäusch für die holoplinz dieser mann erhielt einen anhang das wurde nur in deinen themen hinterher gelandet hi graham danke für die antwort zu unserer auswahl an hololinsenbildern im antwort finden sie das angefragte spezielle bild ok wir müssen nachher mal gucken hi graham lass mich wissen wann songbird nicht da ist dann bringe ich ihr kleid für die ambitionsparty vorbei das war so ein netter einfall von dir ich hoffe dadurch bessert sich die situation ich habe seit ein paar wochen nichts mehr von dir gehört so wurde eigentlich nichts gemerkt der wohlergehensmentor scheint heute um halb elf wo bist du könntest du mich bitte nur dieses eine mal nicht enttäuschen aufgrund ihres nicht autorisierten 14-jährigen ablehners von arbeit wurden ihre kudos abgezogen und ihre angestellten status gesenkt vorsicht vor der revolution mann sie hat heute die platine von joey dem retter gestohlen sie macht vor nichts halt ok war ich ihre neu angepasste maßgeschneider arbeitsinform ist eingetroffen sir ich habe sie in ihren kleiderschrank getan kann ich nichts machen ist alle medien erhalten bekannt die Das ist eine Fragezeige, ich kann nichts machen. Okay. Das ist nicht ein Bonsai-Tree. Gut, dann gehen wir mal hier auf. Mit Polosockel waren wir hier gerade? So, ich gebe da wieder rein, das ist ja blöd. Ähm, ist die live? Äh, okay, jetzt haben wir alles schon geguckt. Okay. Okay. Sind die Trauer und sind die braun, dann spielen sie ein Spangler, ein Clown, okay. Kann sie nicht laden? Nix. Das kriegt mir auch nichts, ne? Okay, werden wir mal. Wir sind nicht weit gebracht gerade, oder? Hey, Joey. Hey, Joey. Was jetzt, Foster? Ja. Okay, man kann ihn wahrscheinlich fragen, wir gehen mal zur Toilette. Hey, Foster. Vielleicht sei er wirklich aus der Toilette. Bitte, Foster. Schließen wir mal. Nach zehn Jahren in der Gap, habe ich fast vergessen, was ein Toilette aussieht. Schließen wir mal. Wie soll man denn kommen? Wie soll man denn kommen? Wie soll man denn kommen? Okay. Wie soll man das Fenster aufmachen? Wie soll man das Fenster aufmachen? Wie soll man das Fenster aufmachen? Das war eine gute Frage. Wie soll man das Fenster aufmachen? Okay. Du wirst pr think, wie várt es eigentlich Joyce ist? Entschuldigung, Ge YU-Zbus? Ich würde es jetzt fragen, wie das Fenster aufgehen. Warte mal. Chipper ist weiter nochmal, Chibi. Chibi. Alter. Hört sich nicht случайweise. Schamper, was denn? Ehh! Warte mal, hier mit Joey. Joey? Was denn jetzt, Foster? Any advice? Hey, I might be the smart one, but that doesn't mean I have all the answers. Besides, you'll feel better if you work some things out for yourself. You don't have a clue, do you? Not the slightest. I want a poser. Hello, Chipworth. Master Graham, what a pleasure. Foster, you're not going to introduce me to your new pal? Joey, this is my butler, Chipworth. Greetings, Joey. What a pleasure it is to finally meet one of Master Graham's acquaintances. Acquaintance? I'm his best friend. Well, then we are equals. I need you to do something for me. Just say the words, sir. Please, can you open the windows, Chipworth? Very good, sir. Someone looks angry. I will not have any industrial runoff coming into my house. Thank you very much. Okay. Let's go. Let's go. Ask him if the refrigerator is running. Okay, wait. Let's go. Let's go. Let's go. Chipworth? Hello, Master Graham. I need you to do something. Just say the words, sir. Please, can you open the windows, Chipworth? Very good, sir. Oh, we are going to do something. Oh, come. Please, Foster, don't start doing anything. Or can't. Okay. This thing was built with a sense of smell. Hold on. Ah. I see. Please stand back. There. The gang gang had a ferocious beak. I was lucky enough to lose a finger. Yes, it was. Here you go. Tschüss, so blöder Vogel. Nach unten war ein Fotograf, eine Bildung eines Stalkers, ein Kindes Gesicht gegen die Fenster. Ich habe plötzlich herausgestellt, dass es nicht nur Milo war. Es war klar, dass mehrere Kinder in die Stadt genommen wurden. Und irgendwie wurde Graham mit ihm verbunden. Was das bringt, ich weiß nicht, wir haben ja diese Hulu-Ding. Es war eine Sache, die ich sicher war. Das war nicht ein Bonsai-Tree. Okay. Wir machen ein Bonsai. Okay. Wir machen das. Wir machen das. Wir machen das. Wir machen das. Da habe ich noch ein bisschen gesehen vorher. Fangen wir mal Joey. Kann er jetzt anfangen mit diesem Udo-Ding da? Was machst du davon? Es ist ein Lens für etwas. Wahrscheinlich für einen Projektor. Was ist vor Ort? Kastelle. Das ist nicht. Oh, wie machst du das? Guck mal, wo gibt es noch ein Schrankband? Ah, guck mal. Vielleicht können wir auf dem Hut aus auch kurz setzen. Funktioniert das? Was ist das? Was ist das? Ich habe den Lens für den Bremsen aus der Lockbox. Die HoloLens nun verabschieden Daten, die Fragmentiert wurde. Werden Sie so schrecklich. Die HoloLens nun verabschieden Daten, die Fragmentiert wurde. Okay. Werden Sie so schrecklich. Noch was zu werden zum Köln hier? Tragic, another victim of our fleshy overlords. Ah, Blut-de-Beer. Ah, ich hab Blut-de-Beer. Das war gar nicht so gut zu sagen. Was gibt's hier nichts, was ich machen kann? Ich dachte nicht, Songbird würde mich über ihre Dinge bemerken. Als wir diesen blöden Bären da gemacht haben. Wir müssen die einfach wieder tauschen. Oder? Okay. Okay. Und ich muss da sein. Niemand sieht wütend. Okay. Da müssen wir hin. Wollen wir sie fragen? Vielleicht weiß ich was darüber. Das ist eine gewisse Ausbildung. Sie ist ziemlich das Charme. Ich weiß, warum sie sie verraten. Entschuldigung, Songbird? Oh, du bist zurück. Du solltest du in diese Aspiration Gala gehen? Ich liebe das Wort, Destined. Nach ganzen Jahren, endlich ein hochwertiges Kudos für mich zu hochwertigen. Die Aspiration Gala. Das ist meine Chance zu soar. Die sort of Kudos levels that are gonna be there. Meine soziale Status will skyrocket. Sounds like fun. Das ist nicht ein Kindes Birthday Party. Das ist um mich aus der Gutter. Das ist um mich aus der Gutter. Und um mich ein step closer zu der Lower Level. Kann ich die Tickets für die Aspiration Gala? Oh, darling. Du hast die falsche Idee. Classic Foster. Das ist eine andere Frage. Wie gesagt. Sei glücklich, bekommst du Punkte. Aber wie kannst du dich glücklich sein, wenn du gerade herausgefunden hast, dass dein Vater tot ist? Du denkst, ich bin nicht so glücklich? Niemand wird mir eine Medaille geben, für einen toten Vater zu haben. Aber... Lass uns noch etwas anderes sprechen. Meine Punkte sind schon sehr viel zu viel heute. Dankeschön. Dankeschön. Ja. Tschüss. Bye. Gut. Also, das soll es denn gewesen sein für heute. Wir müssen rausfinden, wie wir da hinkommen. Aber ich denke mal, wir kommen schon. Das ist der Gala. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dahin. Tschüss. 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 Vielen Dank. 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 Vielen Dank.